Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge LS19 in einem neuen Projekt und zwar auf der schönen Evelsbach Map. Ich habe mir gedacht, ja wir ziehen um, beenden die anderen zwei Projekte und gehen auf die Evelsbach. Ich habe mir ein bisschen Geld gegeben, da wir ja auf der anderen Map auch gehabt haben und Schulden haben wir auch auf der anderen Map gehabt und deswegen habe ich das alles hier mitgenommen und ja, ab jetzt kommt dieses Projekt und noch etwas anderes, aber lasst euch überraschen. So, ich habe inzwischen noch ein paar Felder gekauft und zwar hier das, den Hof und 2 und 3. Also können wir auf 2 und 3 schon mal den Drescher hinschicken. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich auf der Map weitermachen soll oder ob ich auf eine andere Map ziehen soll. So, hoppala, da habe ich was mitgenommen, aber das ist ja nichts. Gasblech habe ich auch natürlich mit drauf genommen und so, los geht es mit der Arbeit natürlich. Okay, ist das nun hinterher an der Reif? Okay. Dann machen wir zuerst was anderes. Lassen wir den Drescher hier stehen. Zeit nehmen wir voll hoch. Dann müssen wir noch Pflanzenwachstum auf schnell stellen, habe ich schon und dann schauen wir weiter, was wir zu machen haben. Dann können wir inzwischen Gras mähen, wenn wir ein Mähwerk haben. Haben wir kein Mähwerk, dann kaufen wir uns schnell. So, und zwar Mähwerk, den Pöttinger, und den hier. 160 PS, das geht sie glaube ich aus. Können wir den noch updaten? Und ja. Oder wisst was wir machen? Wir kaufen uns einen schönen Taktor, den ich zugeschickt bekommen habe. Ah. Den hier. Volle Hüte. Oder? Oder? Nira sie, Suttoya. Ähm. Ne. Bistin der. Ähm. Ähm. Hm? Hm? So... Dann können wir mit dem schon mal anfangen zu mähen und ja, dabei wächst das andere Nacht. So, kommen wir nicht rum, dann geht's los. Mal Innenansicht fahren, das wird sich ja immer gewünscht. Habe ich erst wieder was vergessen. Da sind wir schon. So, folgt. Zeig 48, das können wir gleich mit Firstplay machen lassen. Oh, zeig mal. Ich ladet jetzt kurz, ich ist schon da. Jo. F 48. Ich. Mien. Tom. Ähm, Junge. Hallo So, dann können wir Haben wir eigentlich Einen Schwade Haben wir auch nicht Okay, dann kaufen wir uns einen So, jetzt passt Das ist aber ganz eine schöne Abfahrt hier Gut, damit der Zaun hier keine Kollision hat und Ja, weil sonst werden wir jetzt schon im Zaun Und jetzt gehen wir den Schwader holen Und dann können wir Es ihm zusammenspaden Schau Ich glaube, das stimmt hier Oder? Doch Doch Hier rein und Schienen und dann sind wir Begleit beim Händler Muss er Nicht auf der Karte orientieren Äh? War kurz eine Collie So, dann Hä, was ist denn hier los Hä, was ist denn hier los? Jo So Ist das schön Stück Mann Mann Jetzt fahren wir nach Hause zum Hof Hof Und dann können wir gleich das Gras schwarzen Was Fleckst Da Ah ja, das ist ja hier runter So Stimmt So So Sein Granix. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr coole Mods habt, lasst einen Daumen da, bewertet das Projekt und schreibt einen netten Kommentar, ja das würde mich sehr freuen und wenn ihr coole Mods habt, könnt ihr auch den Link dazu schicken, nehme ich gerne in ein Projekt mit rein, ja, wie das Projekt hier auf dem Kanal Sendeplan aussieht, das weiß ich noch nicht, Sendeplan ist in Bearbeitung, da müssen wir schauen, wie sich das zeitlich ausgeht. So, hier rum, aber ein Zaun, der Zaun hat keine Kohle, aber der Baum, das ist wieder gut. Mann. Ich würde schauen, was das fährt, sagt. Okay, können wir die Zeit schon runternehmen. So, schnell den Drescher einstellen. Was machst du hier? Was machst du hier? Wolltest du hier rauf oder nicht? Ja. Weiß nötig da hin! Da ist nötig da hin. Ja. Hier auf! Ja. Ja. hier entlang fast 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 Hey, 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 bleib da. So meine Freunde, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen, schaut beim nächsten Mal wieder vorbei, haut rein und bis zum nächsten Mal, tschüss.